Als ich überlege, was mir im Leben Halt gibt, fällt mein Blick immer wieder auf eine Postkarte der Künstlerin Jenny Holzer, die über meinem Schreibtisch hängt. In großen goldenen Buchstaben heißt es dort Having two or three people in love with you is like money in the bank. Und sie hat recht, denn ich brauche nur ein paar wenige Menschen um mich, die mich dafür wirklich lieben, denen ich vertraue und die zu mir stehen. Sie geben mir Halt und das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. In schwierigen Situationen ist es auch das Wissen, dass sich die Welt weiterdreht, dass ich nicht alles hinnehmen muss, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Entscheidungen zu treffen und damit die Situation verändern kann. Das gibt mir Halt.